Hi! Ich habe eigentlich schon immer das Problem, dass ich nirgendwo besonders bequem lesen kann. Auf der Couch bekomme ich super schnell Nackenschmerzen und im Bett schlafe ich super schnell ein. Ich habe festgestellt, dass ich auf meinem Balkon besonders gut lesen kann, aber der Sommer geht jetzt langsam vorbei und ich bräuchte auch mal so einen Indoor-Ort, wo ich mich für eine Weile hinsetzen und lesen kann. Und wir haben letztens ein Regal bei uns im Schlafzimmer umgestellt und plötzlich habe ich da diese leere Ecke und ich finde, da würde sich doch so ein Lesesessel besonders gut machen. Den Sessel habe ich schon, aber der Rest und warum fehlt mir noch? Und das will ich jetzt besorgen und dann aufbauen und ich dachte, ich nehme euch einfach mit, denn schließlich, was ist booktubiger als eine Leseecke? Also auf geht's zum Einkaufen! Jetzt geht's nach Ikea, weil ich möchte noch irgendeinen Hocker für den Sessel haben. Ich habe jetzt nur den Sessel und man kann seine Beine zwar damit hoch auf die Sitzfläche nehmen, aber es ist nicht so bequem, finde ich. Ich nehme jetzt manchmal so einen anderen Hocker, der in der anderen Ecke des Zimmers steht und stelle da meine Beine drauf, aber es gibt für den Sessel einen extra Hocker und deshalb will ich den jetzt erstmal holen. Und deshalb gucke ich jetzt erstmal, ob die den vielleicht da haben und dann, wenn ich schon mal da bin, gucke ich auch direkt nach einem Kissen und nach einer Decke, weil der so ein bisschen kahl ist. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich schon mal da bin, kann ich ja gucken, was hier noch so schön ist, da haben, was womit ich die dicke Ecke noch schöner machen kann. So, und das hier ist die Ecke. Ich habe jetzt schon den Hocker hier hingestellt und jetzt geht's ans Aufbauen. So, der Hocker ist jetzt fertig, das heißt, wir haben den Sessel und den Hocker fertig. Aber in der Ecke wird es manchmal ziemlich dunkel, deswegen habe ich noch diese Lampe gekauft und die muss leider auch noch zusammengebaut werden. Also weiter geht's. Und dann geht's. So, die Lampe steht und ich bin sehr glücklich, ist genau das, was ich haben wollte. Und die kann man dann so noch kleiner stellen. Und jetzt, wo alles aufgebaut ist, wird es Zeit, die Ecke einzurichten. So, die Lampe steht schon mal und jetzt muss der Rest noch hin. Wir fangen an mit dem Teppich. Den hatten wir auch schon hier in dem Zimmer liegen, aber irgendwie vor dem Bett sah der mal ein bisschen verloren aus und ich gucke mal, wie er aussieht, wenn ich den jetzt unter den Sessel stelle. Ich habe überlegt, dass ich hier eine Pflanze gerne stehen haben möchte und ich habe eine große und eine kleinere Monstera und ich stelle jetzt erstmal die Monstera hin, weil ich glaube, die große ist zu groß und würde mich dann immer richtig nerven mit dem Wetter. So, ich bin ziemlich zufrieden damit. Sieht auf jeden Fall super einladend aus. Doch, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Leseecke. Vielleicht motiviert mich das auch mal ein paar mehr Bücher pro Monat zu lesen, um euch noch ein paar mehr Bookies präsentieren zu können. Habt ihr einen besonderen Ort zum Lesen? Auch an der Leseecke? Oder ist das bei euch völlig egal, ob Couch, Bett, Boden, was weiß ich? Bestimmt haben viele von euch auch genau diesen Sessel, aber er ist auch ziemlich bequem, oder? Alles klar, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss!